Hallo, hier ist der Frank von Wir kochen was. Hier auf dem Teller könnt ihr einen halben Lobster sehen. Hier ist die andere Hälfte. Den haben wir schön auf dem Grill gemacht. Wenn ihr Interesse habt, wie man das schnell und gut machen kann, schaut unser Video an. So, da liegt unser schöner Freund, den ich jetzt gleich zubereiten werde. Ich habe mir da hinten noch ein paar Tigergarnelen liegen, die wir uns besorgt haben. Und da haben wir heute Nachmittag uns schon ein paar Bratgatofen fertig gemacht. Und den Rest, den zeige ich euch jetzt gleich, während wir unseren Lobster da gleich zubereiten. So, von diesem Lobster gebrauchen wir ja im Endeffekt nur den Schwanz. Der Kopf kommt weg, den fasst man so an, dann zieht man so und dann ist der Kopf ab. So einfach geht das. Jetzt muss ich das einmal kurz ausspülen und dann machen wir gleich weiter. So, wir haben das jetzt getrennt, kurz abgespült. Jetzt nimmt man sich eigentlich noch ein größeres Messer, ein bisschen spitzer als meins, setzt das hier oben ungefähr auf der zweiten Schuppe an, sticht dadurch auf die Hälfte, setzt mit der Hand hier an und schneidet ihn halt halb durch. So, dann macht man hier hinten die Schwanzflossen so auseinander und schneidet die Hälfte auch durch. Das war's. So, dann müssen wir den hier nochmal so ein bisschen sauber machen, kurz ein bisschen spülen. Hier in der Mitte kann man wieder den Damen sehen, das ist wie bei den Garnelen im Endeffekt auch. Der muss halt jetzt raus, den spülen wir jetzt eben kurz und dann nehme ich den raus. So. Weil das will ja keiner essen, ist ja nicht schön. Das schneide ich hier vorne gleich noch weg. Das gleiche mit der anderen Seite natürlich auch. So, das sieht doch schon mal super aus. So. So, einmal da. Obwohl, das sieht ganz gut aus. Ne, das ist okay. Jetzt gehen wir noch einmal kurz bei, lösen hier so ein bisschen das Fleisch. Da brauche ich aber gar nicht mehr viel zu machen. Das geht schon wunderbar. Damit wir nachher nicht so Schwierigkeiten haben, um es zu lösen. Wenn er vom Grill kommt. Man löst ihn auch nicht ganz. Weil sonst fällt mir das da gleich in den Grill. Wunderbar. Damit sind die beiden soweit fertig. Jetzt tupfe ich die gleich nochmal mit ein bisschen Papier ab. Und dann mache ich da ein bisschen flüssige Butter drauf. Die werde ich mir jetzt mal eben schnell bereiten. Und dann kann da schon, wenn mein Grill heiß ist, auch schon auf den Grill. So, dann habe ich mir jetzt ein bisschen Butter heiß gemacht. Die mache ich jetzt hier schön auf die beiden Lobsterhälften drauf. So, das läuft da jetzt auch schön rein. Und dann, mein Grill ist draußen auch schon heiß. Dann werde ich jetzt gleich rausgehen und werde schön den auch schon auf den Grill packen. So, es ist ein bisschen improvisiert jetzt mit unserem Licht hier heute. Ich habe noch kein Pfundlicht an meinem Balkon leider. Also, anderthalb Minuten von der Unterseite. Und dann gleich nochmal sieben Minuten und das wird von der anderen Seite. Die anderthalb Minuten wird jetzt um. Ich muss es jetzt umdrehen. Ja, also, der sieht ziemlich fertig aus. Ich werde ihn jetzt gleich reinholen. Und dann können wir schon mal anfangen mit uns ein bisschen von unserem Lobsterhälften. So, das sind unsere beiden Lobsterhälften, die wir haben. Dann tue ich mal schon mal die erste hier auf den Teller. Mh, sieht richtig gut aus. Ja, hier die zweite. Dann schmeiße ich uns jetzt nochmal eben schnell meine Tiger Prawns auf den Grill. So, schöne Pfanne voll. Sehr schöne Bratkartoffel. Habe ich heute Nachmittag schon mal ein bisschen vorbereitet. Klassisch Bratkartoffel gemacht. Pellkartoffel, festkochende Sorte. Schön mit Speck. Speck mit aus, mit Fett, ja erstmal fetten Speck ausgelassen. Und dann hinterher schön durchwachsenen drauf. Eine rote Zwiebel mit rein. Schön Pfeffersalz. Schön kross gebraten. Typisch norddeutsch irgendwie so ein bisschen. Ja, das sieht ja schon mal jetzt sehr genial aus. So, meine Süße wird jetzt einfach mal den Hummer probieren. Dann gucken wir da mal drauf. So, probieren mal. So, dann nehme ich ein bisschen. So. Und? Mh, richtig lecker. Super. Okay, das war jetzt ein ziemlich kurzes und schnelles Video, was wir hier gemacht haben. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert uns. Gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, fragt uns. Ja, dann wünschen wir euch schöne Weihnachten. Beziehungsweise, ja, schöne Weihnachten kommt. Am 27. Dann werde ich das drauf reinstellen. Und einen guten Rutsch. Aber das sage ich nochmal. Da kommt bestimmt noch irgendwie der Misthase und so. Ja, dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal. Sagen. Tschüss. Und fragen. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Musik